In diesem Video erfährst du, wie du die Tierbeschreibung eines Geckos machst. Das Video ist ein Wunschvideo für Borjan. Deine Aufgabe bei der Tierbeschreibung? Das Tier so genau wie möglich zu beschreiben, damit es jeder erkennen kann. Achtung! Schreibe immer in der Gegenwart, also im Präsenz. Und wichtig! Bleibe sachlich, erfinde nichts hinzu, nenne Fakten. Der Gecko. Gehe strukturiert vor, beginne zum Beispiel mit der äußeren Beschreibung. 1. Geckos zählen zur Gattung der Reptilien. Und sie können sehr klein, 1,5 cm sein, aber auch bis zu 40 cm groß werden, also größer als deine Hand. Sie haben eine Schuppenhaut und sind meistens grünlich bis bräunlich eingefärbt. Manche Geckos sind aber auch bunter, denn es gibt über 100 verschiedene Arten. Gehe jetzt zu allgemeinen Informationen über. Es gibt nachtaktive und tagaktive Geckos. Das erkennt man an den Augen. Der Schwanz der Geckos ist ihr Fettstoffspeicher. Er ist also sehr wichtig für sie. 3. Geckos fressen am liebsten Insekten, also Grillen, Fliegen oder Mücken. Reife Früchte mögen sie auch. Sie leben in warmen Gegenden und passen sich der Temperatur an. Das nennt man wechselwarm. Unter den Füßen haben sie Haftlamellen. Damit können sie an jeder Wand und sogar an Decken laufen. Und 4. Die Reptilien legen Eier, die von der Sonne ausgebrütet werden. Ihre Eltern brauchen sie nicht. Und sie können bis zu 20 Jahre alt werden. Falls du mehr Informationen hast, musst du sie auch anführen. Zusatzinformationen. Der wissenschaftliche Name des Geckos, der lautet Geckonidee. Zusammenfassung Tierbeschreibung Schreibe in der Gegenwart, bleibe sachlich und nenne Fakten. Vergiss keine wichtigen Informationen und prüfe am Ende Deine Rechtschreibung. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es Dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Schreibe etwas in die Kommentare.